Warum reise ich die einfach mal nicht ab? Hier und so. Was ist mit denen, weil die sind ja eh... Vergiss es doch. Die haben ja eh so einen niedrigen Grundstückspreis, deshalb... Ja, kann man das ja mal abreißen. Wie muss ich das sagen? Die haben... Na, okay, hier fehlt jetzt halt die Straße. Vielleicht können wir ja hier... Reiß ich alles ab? Ja, muss ich das sagen. So. Wir wollen ja unsere Stadt weiterentwickeln und nicht, äh... Uns der Nase hinterher tanzen oder wie das auch immer heißt. Keine Ahnung. So. Oh, ich mach sowas rein. Wenn ich gleich mal das da irgendwo einbauen könnte, anstatt diesem Unpark da... Mach ich jetzt mal... Hier. Was, was, was? Polizei? Wir sind fast voll. Quatsch, was laberst du? Oh. Okay, hier muss ich glaube mal erweitern. Hä, wie? Auf der Straße willst du mich verarschen? Hey, ich kann das nicht ausbauen. What the fuck? So. Ah, okay, da hinten kann ich das anbauen. So. Es können hier so viele Verbrecher kommen, die möchten. Okay, das ist voll ausgebaut. Okay, warum produzieren die das? Ich weiße es nicht. Das habe ich mir gar nicht nachfragen. So. Hart raus. Kann ich auch nix. Interregion aufgestellt. Oh. Das ist schon alles. Bongo gar nichts mehr. Sehr gut. Gut. Hm. Also ich werde mal gucken, wie das sich jetzt hier entwickelt. Und wenn die sich gut entwickeln, können wir hier mal jede Straße hier mal raushauen. Deshalb. Oha. Oder ich fange hier unten an. Kohle anzusapfen. Mal ganz kurz gucken. Die Autobahnanbindung ist da unten. Das heißt... Kohle. Okay, lol. Da ist mir mal ganz kurz hier mein Spiel abgeschmiert. Also willkommen zurück. Bin hier immer noch auf der gleichen Welt, wo ich eigentlich gerade rausgeschmissen worden bin. Und... Ich wollte jetzt was machen. Ach ja, ich wollte nur mal gucken, wo Kohle ist. So. Hier haben sie ein Denkmal. Hier haben wir ein großes Haus. Deshalb könnte ich... ...diese Straße hier... ...erweitern. Jetzt muss ich mal gucken. Muss ich das wieder ausmachen. Ob ich die hier überhaupt erweitern kann. Ich habe es zwischen. Ich habe vergessen, welche. Die hier, glaube ich. Ja. So, ob ich jetzt da... ...so eine reinbauen kann. Okay. Geht schon mal nicht. So wird's gehen. Ah, fuck. Weil da das jetzt sehr geht, mache ich einfach mal kurz... ...äh, so. Und, äh, so. Und dann mache ich mal ganz kurz... ...so. ...bö. Ups, das ist das falsche. Das da. Und dann mache ich das Ganze hier nochmal. ... ...äh, das muss doch gehen. ...äh, das geht nicht. ...äh, das geht nicht. Jawohl. zu deshalb kommt das das alles alles an der Straße die kommt jetzt auch noch weg Gymnasium oh wie weit geht denn das alles klar manchmal so und dann so müsste eigentlich gehen es regnet wenn man geht es genau hinguckt so das Gymnasium hängt ja nicht an der Straße Riesenkontakt äh äh dann reiß ich einfach nichts ab und mach dann einfach mal so da da und da und dann muss die Straße hier weg wo ist dann die Klinik bitte ja die muss dann halt jetzt weg ja komm die Klinik halt da hin da hin die war wahrscheinlich voll ausgebaut ich hab keine Ahnung ich boh einfach mal ups hab ich glaub einen vergessen so das Schild und dritten baue ich auch noch so was ich mach Minus gar nicht gar nicht jetzt mal kurz gucken wegen den öffentlichen Verkehrsmitteln da hab ich bestimmt auch viel abgerissen das war